Die dritte Klasse. Hallo, alle Schüler. Wie geht's? Wir haben heute Teil 2 von Die Geschichte. Die Geschichte, die Bremer statt Musikanten. Teil 2 von Part 2. Der Hahn ist traurig. Er sagt, die Frau will mich kochen. Ich gehe fort. Komm mit, sagt der Esel. Und Esel, Hund und Katze und Hahn gehen zusammen weiter. Sie gehen nach Bremen. Sie gehen nach Bremen. In Bremen wollen sie Musik machen. Sie wollen Stadtmusikanten werden. Hier. In Bremen wollen sie Musik machen. Sie wollen Stadtmusikanten werden. Am Abend kommen sie in einen Wald. Sie sind sehr müde und schlafen unter einem Baum. Nur der Hahn setzt oben im Baum. Am Abend kommen sie in einen Wald. Sie sind sehr müde. 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 Und schlafen unter einem Baum. Unter Min. Ander. Nur der Hahn setzt oben im Baum. Oben. Min. Abab. Hier. Da ruft der Hahn, ich sehe ein Licht, das ist bestimmt ein Haus. Da ruft der Hahn, ich sehe ein Licht, das ist bestimmt ein Haus. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn sind sehr, sehr hungrig, sehr hungrig. Sie wollen etwas essen und sie gehen zum Haus. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn sind sehr, sehr hungrig. Sie wollen etwas essen und sie gehen zum Haus. Aber im Haus sind vier Räuber. Sie essen und trinken. Die vier Räuber sind sehr fröhlich. Dann Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn stehen hungrig am Fenster. Da hat die Katze eine Idee. Hier. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn stehen hungrig am Fenster. Da hat die Katze eine Idee. Was ist die Idee? Wir schauen. Der Hund klettert auf den Esel. Die Katze klettert auf den Hund. Hier. Dann fliegt der Hahn auf die Katze. Hier. Die Katze. Und hier. Und jetzt machen sie zusammen ganz laut Musik. Noch einmal. Der Hund klettert auf den Esel. Der Hund hier klettert auf den Esel. Esel hier. Dann, die Katze klettert auf den Hund. Die Katze hier klettert auf den Hund. Hier, Hund. Dann fliegt der Hahn auf die Katze. die Katze und die Haare. Und jetzt machen sie zusammen ganz laut Musik. Miau, miau, wau, wau, ja, ja, und krieg, krieg. Ok, alle zusammen. Dann, da bekommen die Räuber große Angst und laufen ganz schnell fort. Laufen mild running. Da bekommen die Räuber große Angst. Große Angst, very big fear. Und laufen ganz schnell fort. Schnell fast. Dann der Esel, der Hohn, die Katze und der Haare gehen fröhlich ins Haus. Gehen ins Haus. Sie essen und trinken alles auf. Der Esel, der Hund, die Katze und der Haare gehen fröhlich ins Haus. Sie essen und trinken alles auf. Dankeschön. Das ist der Ende dieser Geschichte. Tschüss.